So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu, Achtung, Cthulhu Tactics, Folge 8 müsste das sein. Ich mach mal ganz kurz hier, Laden, dritte Mission, 0, 0, so, und damit erstmal ins Hauptquartier zurück. Unsere Leute hatten wir schon, äh, beziehungsweise die Fertigkeitspunkte haben wir schon verteilt. Wir haben die Auswahl zwischen Bonus Mission und Story. Und ich werde erstmal die Bonus Mission machen. Holen Sie sich Munition, die Sektion M für Sie abgeworfen hat. Merken Sie die Nachschubbombe. Merken Sie die Nachschubbombe. Achso, okay. Leuchtkugel als Belohnung und Erinnerungen zu Hause. Okay. Ähm, ich bin mit meiner Gruppe zufrieden. Harris mit dem mittleren Fernrohr, langes Fernrohr und die zwei Nahkämpfer. Stoppen. Stoppen. Ach ja, äh, für jemanden, der das Spiel noch nicht kennt, ist es so ähnlich wie, ähm, na. Wir müssen nach oben und solange, wie wir nicht aufgedeckt wurden oder solange, wie wir noch keinen Feindkontakt haben, laufen wir aber dummerweise immer in der Gruppe. So, mal wirklich nach vorne gehen. So. Oh Gott, ist das noch weit. Ah, dann schauen wir mal. Okay. Ich glaube, wir haben jemanden entdeckt. Und hier liegt was. Okay, da drüben ist irgendein... Ach ja, äh, das Spielsetting ist... Irgendwann im Zweiten Weltkrieg zumindest sind unsere Gegner, äh, Nazis. Wir sind Alliierte. Und... Ja. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts weiter. Hm. Ach ja, sie haben scheinbar Unterstützung durch die alten Götter. Hier wieder zwei... ...Pünktchen. Hm, 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 hm. Kurzmittel. Alles Mittel. Wobei, komm. Nahkämpfer ran hier. Schwerer Angriff. Und zwar von da. Deck mal ein paar Leute auf. So, zack. Schöner Treffer. Ähm. Nein. Die Attacke machen wir dann doch nicht. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst doch auch einen schweren Angriff machen. So, komm. Hack den mal weg. Pam. So, sekundär Waffe abfohlen. Sechsen... Äh, 69%. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Schwerer... Angriff. Die hat 40. Komm. Such mal den. Jawoll. Okay, die mach ich jetzt direkt mal im Nahkampf fertig. Waffe abfeuern. 54, 54. Schade. Waffe abfeuern. Waffe abfeuern. 54, 54. Los. 54. Daneben. Scheiße. So, gut. 74%. So, Mädel, und du musst jetzt echt mal Energieverlust in Deckung gehen. Nein. Mädel. 69%. Kostet uns ordentlich Momentum. Aber wir haben immer noch vier Momentum-Punkte. Daneben, schade. Oh, verdammt. Ah, scheiße. Sie kann ja gar nicht laufen. Äh, da, da. Doch, sie kann laufen. Bin ich jetzt blöd? So, shit. Okay, einmal Momentum hättest du noch kommen. 69%. 70%. Das war's aber jetzt für sie. Ja. Raffa abstützen. So. So, Feinde am Zug. Jetzt, oh, hier hinten kommen noch mehr. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, verdammt. Oh, ho, 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 ho. Da, da, nee. Oh, Gott. Jetzt kommen noch mehr. Wow, 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 wow. Macht mal langsam. Oh, je. So. Wenn du hier hin gehst. Oh, je. Oh, mein Gott. So. Ach, komm. Du hast... Ah, verdammt. Der hat nicht durchschlagen. Ähm. Gott, oh, Gott, oh, Gott. Auf ihn kannst du zielen. Ähm. Richtig blöd. Tauversicht. Sturmangriff. Ah, Mist. Komm, hoch. Gehst du nicht? Nein. Abbrechen. Du gehst mal hier hin. Zwölf Punkte. So. Die blöde Bombe, die heben wir diesmal auf. Oder... Granate. Schön. Zack. Ich greif's mal von hier hinten an. Weg. So. Sie. Sie greift... Sie greift... ... ihn an. Die mit 15. K.O. So. Jetzt hast du noch mal... ... sekundär Waffe mit 89%. Jetzt hat es doch da hinten mal gewackelt. Was gibt's hier? Die müssen irgendeine Art von Infrastruktur in dem Wald da hochziehen. Denn die bringen dort jede Menge Material hin. Leutnant Sitz, Never Brown schließen. Da. Okay. So. so siehst du da hinten schon was nein er kann auch noch mit hier rüber so ein kollege du gehst schön hier vor so mädchen du könntest sekundärwaffe noch benutzen in deckung gehen würde ein momentum kosten und gehst mal in deckung ach so verdammt warte 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 aus der deckung hervorspringen komm dann machst du wappnen so und du könntest nichts du kannst nichts den Zug beenden schauen wir mal okay daneben der rennt weg verdammt müssen wir ihn verfolgen er geht in overwatch gut so sie geht in deckung läuft man hier vor so deckung steht noch könnte er schießen nein durchschlagen das wird alles so viel energie kosten so viel zeugs im weg so so kollegen müssen wir jetzt ein bisschen vorkommen können wir den umzingeln hier wahrscheinlich nicht dann gehst du auch mal hier nach vornen dann gehst du auch mal hier nach vornen zwei pünktchen ist nicht viel so alle schön auf einen haufen die perfekte taktik komm du schießt daheim mal mit der sekundärwaffe schießt mit der normalen schießt 69 prozent komm scheiße letzte chance sekundärwaffe schießt er kann nix er kann nix so verenden oh shit hätten wir mal wappnen gemacht so da ist der nächste kollege da kommt noch einer mädel du schwerer angriff nein nicht auf den gehen wir mal hier vor novite der schwarzen sonne scheiße das ging daneben so mein guter nein nein sechs probieren es mal so durchschlagen ich habe den einen zumindest mal getroffen kollege 54 ach da ist ja noch einer für acht okay voll weggepumpt sturmangriff sturmangriff 15 plus machen wir zack novice der schwarzen sonne ist weg und jetzt kommt er zwei neue vier da 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 fünf prozent ist es ja für den Arsch Junge du musst da weg komm und lauf zurück erzählen wir mal dann hätten wir ihn noch der kann schön in diese richtung schauen er hat noch vier punkte auch mit darüber so ach und ich beende mal die folge checks tschau bis zum nächsten mal bye wow